Einen wunderbaren guten Morgen, Stella und Tom. Das Universum wartet darauf, entdeckt zu werden. Autsch! Weltraumschrott! Ich bin darauf programmiert, euch zu beschützen. Das Klima ändert sich. Daraus entstehen gewaltige Wirbelstürme. Oh nein! Einer unserer Wetter-Satelliten wurde von einem Meteoriten zerstört. Ihr müsst auf der Stelle einen Auftrag übernehmen. Was? Los jetzt! Wir machen das! Der zerstörte Satellit muss durch einen Wetter-Satelliten ersetzt werden. Einfach so? Der Mond! Ja! Woh-oh! 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 Woh-oh!